So, es geht weiter mit American, McGee's, Alice, Alice, so, das letzte Mal haben wir hier aufgehört bei einem rätselhafter Wahnsinn, den Part, den ihr schon gesehen habt, haben solltet, denn sonst seid ihr einfach gerade irgendwo in einem königlichen Labyrinth. So, ähm, ich bin jetzt froh darüber, dass mein Internet endlich wieder funktioniert, dass ich jetzt wieder Parts hochladen kann wie ein Bekloppter, äh, das einzige Problem, was ich so gerade noch habe, das ist, dass ich, äh, meine ganze Festplatte mal so ein bisschen frei machen muss, ich hab jetzt genau 180 GB, äh, Platz frei, was ich an Filmmaterial, äh, machen kann, deshalb, tak, 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 fangen wir jetzt hier direkt mal wieder an. Bei Alice im Wunderland, ja, rätselhafter Wahnsinn, wir sind im Königinnenland und haben damit eigentlich schon drei Viertel des Spiels zumindest laut Karte schon durch. Wie weit wir jetzt so schon insgesamt sind, weiß ich nicht, ich weiß nur, dass wir hier unten das letzte Mal ein paar Mal reingesprungen sind, da das aber nicht so viel Erfolg hatte, guck, ähm, oh, So, muss ich jetzt vielleicht auch mal etwas anderes ausprobieren. Wir wollen dann nämlich weiterkommen. So, wie ihr hier in den letzten Aufnahmen gemerkt habt, bin ich hier jetzt auch um einiges lauter als zuvor und, äh, ich hoffe, das ist so okay, wenn nicht, äh, weiß ich das zumindest für die nächsten Projekte. Also, ich muss halt erst mal schauen, wie ich das jetzt hier alles genau einrichte. Ja, und gerade ist das irgendwie, uh, eigentlich ziemlich locker, wie ich hier jetzt gerade alle ausweiche und so. Yeah, yeah, wir können alle ausweichen, ohne Probleme. Ja, Gott, Shotgun-Effekte, yes. Ach, schön. Ich bin jetzt übrigens 22 Jahre alt. Ja, die letzte Aufnahme, wo wir hier, uh, waren, äh, die hab ich einen Tag vor meinem Geburtstag gemacht. Ja, und dann bin ich auch schon wieder krank geworden. Das ist wunderbar. Also, hm, werdet nicht krank. Krank sein ist scheiße, krank sein ist doof. Damit wird keinem geholfen, außer den Bakterien. Und das wollt ihr bestimmt nicht. Wie viel hält der aus? So, hier kommt, Shotgun! Come on, come on. Hier, komm, besser. Ach, komm's. Das ist ein normaler Fall. Wow! Ja, uh! Ja, uh! F1-Verladen, ne? Ja, okay. So, wir nehmen einmal wieder den Jack. Den sieht man besser. Hier. Das war jetzt nur die Bum-Version. Okay. Hier, dann nehmen wir nochmal die Feuer. Oh, oh, okay, den hab ich ganz vergessen. Oh, 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 oh my god. Oh, scary shit. Oh, oh my god. So, komm. Tschüss. Oh, ich überlebe. Ja, auf Albtraum. Und warum hat er mich getroffen? Hm, ja. Ah, ja, komm. Messer. Ja, was saugt der da überhaupt an Energie an? Ah, keine Ahnung. So, der ist es auf jeden Fall besiegt. Dann nehmen wir wieder Jack in the Box. Jack in the Box. Jack in the Box. Schreiß ihn das doch hoch. Für den Fall, dass da noch einer gewesen wäre. Und ist er aber nicht alles frei. Das heißt, wir können hier einmal schön safen. Die restliche Meta-Essenz aufnehmen. So, und dann schauen wir hier jetzt mal, wo wir hier weiterkommen. Und ich... Ah. Das ist doch... Wo kommst du denn her? Wo kommt ihr denn her? Ach, Mensch. Wir spawnen einfach mal hinter dir, weil wir sind nervige Hater. Man darf uns nicht sehen. Shit. Langsam verlehr ich wieder etwas für Leben. Hm. Auf der Mitte. Nicht! Ah. Spawn die dann echt hinter mir. Tatsache. Yay. Schade. So. Erster ist tot. Du kommst hinterher. Ja, komm, du kannst mir ruhig auch noch Schaden machen. Ist mir egal. So. Na, bitte, danke. So. Für dich gibt's auch nochmal ein Check-in-the-Box oder... Ne, hier, hier. Yeah. Keep cool, ma. Keep cool. So. Ah, mein Gott. Der ist ja ziemlich treu doof. Ah, nee. Ach, und jetzt fängt er an zu brennen. Oh, das ist immer so knapp, wenn man versucht, diesen Teilen hier auszuweichen. Oh. 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 Weil die Alice ist so ja schon recht langsam und die Teile kommen recht schnell angeflogen. Oh, seht ihr? Oh, die Waldfee. Hm. Dann kannst du jetzt mal sterben, hier. Lass uns Blackjack spielen. 21 Karten in die Fresse. Yes. Blackjack. So. Dann schauen wir uns mal das Töhrchen an. Vielleicht triggern wir damit ja auch etwas. Irgendetwas Wunderbares. Wo ist diese Ecke hier? Werden wir hier nachher gespawnt und dürfen dann dahin gehen, wenn wir irgendetwas erledigt haben oder was? Und falls die Antwort ja ist... Ich kenne das Spiel nicht. Es ist einfach nur eine Vermutung. Ich meine, wofür würde man sonst so eine Ecke machen? Okay, es ist ein Labyrinth. Oh. Naja. Naja. Egal. So. Jetzt haben wir hier das schon mal erledigt. Übrigens, ich nehme jetzt gerade auf, wo ich den Part 30 hochladen. Genau. Ah, das sieht so... Watte! Alter! Das ist kein Labyrinth, das ist... Hm. Ja, komm. Verbrennt, verbrennt. Hallo. Double Kill. Yes. Das ist kein Labyrinth. Das ist, äh... Einfach nervig. Ich meine, das Spiel erwartet wahrscheinlich, dass wir irgendeinen bestimmten Weg gehen. Und ich bin so borniert, dass ich das einfach nicht mache. Ach, ey. Wie gesagt, jetzt gerade, wo ich das Spiel hier spiele, lade ich den Part 30 hoch. Ah, ist das schön. Ah, ist das schön. Ah, ich bin so doof. Ah, ja, komm. Nehme ich mit, das auch mit. Ach, hält das Feuer lange. So. Ah, ihr kommt von oben gesprungen. Das ist kein Sinn, oder? Ja. Wieso laufe ich doch noch rein? Juhu. Warum? Warum bin ich so dumm? So, komm ich da jetzt noch? Nein, natürlich nicht. Och, Gott. Nie so stupid. Oh, Mann. So, krieg... Hä, ja, krieg ich dich so? Oh, nein. Ach so. Oh, ich hab jetzt... Irgendwie hab ich das Gefühl, dass die hier wahllos spawnen. Wo kommst du denn jetzt her? Oder die spawnen immer wieder. Das wär ziemlich scheiße. Weil das heißt, dass wir hier oben eigentlich... Gar nichts zu suchen. Meine Fresse halten die viel aus. Ach, bist du tot? Danke. Ja, die haben wir hier gerade besiegt. Deshalb kommt hier nichts. Ich mach mal schnell Speichern. Wenn ich jetzt noch mal nach da hinten hingehe... Ist auch alles leer. Gut. I do not get this. Oder ich... ...habe mich echt mal verlaufen. Was ich bei meinen Orientieren eigentlich nicht glaube. Bei meiner Orientierung... Auf die kann ich mich eigentlich immer ziemlich gut verlassen. Mit der hab ich eigentlich keine Probleme. Äh, hör auf! Ah, das streckt die Spielzeit immer. Ja, komm, hier und... Ach Gott, wie viel Leben haben die? Das ist... Nervig! Ja, alles klar. Wunderbar, wunderschön. So, hier. Nein, nicht... Oh Gott! Der... Ja, geil. Zumindest kann ich euch so geil wegbanken damit. Boing! So, have fun. Stub! So, dann brauche ich die Shotgun. Jetzt noch mal für die Teile hier. Für die Hater. Für die bösen, bösen Hater. Und ich hab ne lange Cooldown mit den Teilen. Ja, und... Wirf! Wirf Imperativ Befehlsform. So. Schön. Jetzt... Okay. Okay, ich hab's verstanden. Hier respawnt einfach. Eine Fressung. Wieso respawnen die denn hier nicht? Hier war ich doch für längere Zeit nicht. Scheiß drauf. Ähm... Hinter mir war da einer, na? Wieso macht der so derben Schaden? Nein, nicht da? Nein. Ach. Okay. Ist etwas her. Ach, Mensch! Hier! Komm, kein Bock. Weg mit dir. Schieß doch noch mal. Äh. Boom. Da. Enjoy that thing. So. Ich werd jetzt, äh... Wahrscheinlich schauen müssen, dass ich unter Wasser weiterkomme. Das heißt, zum Beispiel hier... Zahuuu! Ah, das heißt, der Pfad sieht erstmal genauso aus wie der davor. Ach. Das heißt, wir gehen hier wieder rein. Und da so. Warum so unter Wasser kann ich... ...keine Waffe aus mehr? So, aber... Zumindest sind wir jetzt schon mal hier. So, dann speichere ich hier drin. Und das ist eine ziemlich schlechte Idee gewesen, wenn wir hier unten nicht weiterkämen. Yeah. Gut, so kann ich die treffen. Dann erledige ich die dann schon mal. Jetzt bin ich gegen die Wand... ...hab ich gegen die Wand gezielt. Das ist aber so, auch scheiße zu ziehen, wenn der Kopf von Alice davor ist. Ah, hallo! So. Hallo! So, dann hätten wir das schon mal erlebt. Sammeln wir das ein. So, und hier... ...kommen wir an Land. Das ist doch schon mal sehr schön. Das sieht wirklich so aus, als wenn wir hier weiterkämen. Täten. Täter, ätter. Nein, nix da. Aha. Ich frag mich ja, was es ist, was da oben so leuchtet. Ach, Gott. Sechsmal Schrotflinte. Ich nenne das einfach mal Schrotflinte. Mir wurde letztens von meinem Bruder wieder mal gesagt, der hat das Spiel auch schon gespielt. Ja, wir leben in einem Haushalt, deshalb könnte es auch sein, dass wir die gleichen Spiele des öfteren spielen. Und, ja, der hat das vor mir angefangen. Und, äh, der ist hier auch schon durch, spielt gerade auch, äh, Madness Returns. Und, äh, auf der Seite. So. Und der meinte, das wären Knochen. Aber ich weiß nicht, das steht an... Gut. Und er steht angeblich auch irgendwie, äh, in den Optionsmenü. Kann ich ja gleich mal nachschauen. Oder ihr habt's vielleicht auch schon gesehen. Ja, ich mach das jetzt einfach mal. Zack. Sind ja nur zehn Sekunden. Besteuerung. So. Knochen wählen. Sechs. Ja. Das ist es. Okay, es handelt sich dabei um Knochen und wir kommen jetzt doch tatsächlich weiter. Das finde ich sehr schön. Spielt. War das zu weit? Nein. Sie danzen. Dance, dance. Ja, wir drehen uns. Ja, wir kloppen aufeinander ein. Tanzen, 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 tanzen. Hm, das war zu kurz. Was hab ich denn noch auf die Entfernung, was so gut Schaden macht? Großflächig. Großflächig. Na, aber die sterben jetzt ja doch so schon alle. Das ist gut.